Diese Regierung wollte daher sehr rasch und bewusst rasch wie möglich handeln. Diese symbolischen Gäste der Anerkennung des Leides der Zwangsarbeiter setzen und damit auch die Bitte um Verzeihung verbinden. Das schreckliche Schicksal dieser Menschen wurde allzu lang in einem Meer des Entsetzens dieser unserer Vergangenheit viel zu wenig wahrgenommen. The Austrian Government and Austrian Companies have courageously come to terms with injuries to laborers they caused and that have remained largely unaddressed for 55 years. In so doing, they are providing a measure of justice, however belatedly, and albeit for a small fraction of victims who survived. Das ist eine Art B, die Oppositionsführer. Das ist eine Art B, die Oppositionsführer. We cannot allow ourselves to sit back and say, Quote, we have now done justice, unquote. We, not the Austrians, not the Eastern European countries, not the Americans, not the organizations, not the lawyers, we can never truly give the victims justice. We begin with the representative of the government of the Republic of Belarus.